In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man komplexe Zahlen in die kartesische, polare bzw. Exponentialdarstellung umformen kann. Bevor wir uns dieses Thema ein bisschen genauer anschauen, will ich euch eine kleine Übersicht über die drei verschiedenen Darstellungsformen für komplexe Zahlen geben. In erster Reihe gibt es die kartesische Darstellung, auch in manchen Bücher als algebraische Darstellung bezeichnet. Und hier an dieser Stelle haben wir einen Zeiger der Form a plus i mal b, wobei a und b die sogenannten kartesischen Koordinaten sind und i diese imaginäre Einheit. Die zweite Darstellung heißt polare Darstellung oder auch manchmal trigonometrische Darstellung genannt. Hier hat der Zeiger die Form r mal Klammer auf Cosinus phi plus i mal Sinus phi, wobei r und phi die sogenannten Polarkoordinaten sind. Und bei der letzten Form, das ist die exponentielle Darstellung oder auch eulische Darstellung genannt, treten ebenfalls diese Polarkoordinaten auf, allerdings in Exponentialform. Deshalb lautet hier der Zeiger, z ist gleich r mal e hoch i mal phi. Und jetzt werden wir uns diese drei Darstellungsformen ein bisschen genauer anschauen. Als erstes natürlich wieder die kartesische Darstellung und die kartesische Form. Wir wissen bereits vom Aufbau her, sieht das Ganze so aus, z ist gleich a plus i mal b. Natürlich muss man wissen, was a und b sind. a ist der sogenannte Realteil oder Realanteil des Zeigers und es wird meistens abgekürzt mit re von z. und b ist der imaginäre Anteil des Zeigers und wird meistens abgekürzt mit im von z. i, wie bereits erwähnt, ist die imaginäre Einheit. In diesem Tutorial werde ich jetzt nicht näher darauf angehen. Bei den Tutorials, wo es um Operationen mit Zeiger geht und so weiter, da spielt i natürlich eine viel wichtigere Rolle. Dieser Darstellungsform ist vor allem dann wichtig, wenn man den Zeiger einer komplexen Zahl grafisch darstellen möchte. Dafür wählt man ein Koordinatsystem, wobei hier die sogenannte x-Achse in diesem Fall eigentlich die reelle Achse ist und die sogenannte y-Achse die imaginäre Achse ist. Diese Art von Koordinatsystem bezeichnet man auch als gausche Zahlenebene. Unser Ziel wird jetzt sein, diesen Zeigerfall gemeinert in dieser Zahlenebene darzustellen. Dafür fangen wir zuerst mit a an, mit dem realen Anteil, tragen wir hier an der Achse ein, und dann b an der imaginären Achse. Dort, wo sich diese zwei Zahlen treffen, ist die Spitze des Zeigers z, was wir darstellen wollen. Und natürlich abhängig davon, welche Werte a und b annehmen, das bedeutet positive bzw. negative Werte, können die Zeiger oder müssen die Zeiger nicht nur im ersten Quadranten vorkommen, sondern auch im zweiten, dritten, vierten Quadranten. Das spielt auch später für uns eine wichtige Rolle. Zur Erinnerung an dieser Stelle, dieser hier ist der erste, hier wäre der zweite, dritter und vierter Quadrant. Immer schön gegen die Uhrzeigersinnbeschriften. Nachdem wir jetzt bereits schon gesehen haben, wie man mit Hilfe der kartesischen Formen einen Zeiger in die gaussische Zahlenebene darstellen kann, gehen wir jetzt zu der polaren Darstellung. Den Aufbau ist bereits schon bekannt. Hier treten auf einmal dieses R und der Winkel 4 auf. Und natürlich wollen wir auch herausfinden, was diese Buchstaben bedeuten. R ist eigentlich der Betrag oder die Länge des Zeigers z, manchmal auch als Radius bezeichnet. Und zwar, wieso Radius? Wenn wir unser Zeiger von vorher nochmal genauer anschauen, dann könnt ihr euch so vorstellen, dass dieser Zeiger um den Koordinatenumspunkt gegen den Uhrzeigersinn rotieren kann. Dadurch beschreibt er natürlich eine Kreisbahn. Und die Länge dieses Zeigers z ist natürlich genau der Radius dieses Kreises. Und genauso wie beim Vektor wird die Länge dieses Zeigers mit Hilfe dieses sogenannten Satz des Pythagoras ausgerechnet. Das bedeutet einfach, R ist gleich Wurzel aus Realteil ins Quadrat plus Imaginärteil ins Quadrat. Außerdem haben wir noch den Winkel Phi. Diesen Winkel Phi kann man auch als Argument des Zeigers Z bezeichnen. Und das ist einfach der Winkel, der dieser Zeiger mit der rellen Achse einschließt. Und dieser Winkel wird normalerweise mit Hilfe der Tangensfunktion ausgerechnet. An dieser Stelle Tangens Phi ist dann einfach Imaginäranteil durch Realanteil. Allerdings gibt es hier eine kleine Falle, auf die wir ein bisschen bei den Beispielaufgaben angehen werden. Wir müssen hier unbedingt auf den Quadranten achten. Und zwar, damit ist gemeint, ein Zeiger kann natürlich zum Beispiel, wie hier rechts dargestellt, auch in vierten Quadranten liegen. Da muss man ein bisschen aufpassen, wie man diesen Winkel auswertet. Mit Hilfe des Taschenrechners oder mit Hilfe einer Wertetabelle. Wie gesagt, was ich genau damit meine, werden wir dann bei den Beispielaufgaben sehen. Und als letztes noch der Zusammenhang zwischen der polaren und der Euler'schen Darstellung. Wie wir bereits wissen, sieht die polare Darstellung wie folgt aus. Also wir haben Z ist gleich R mal diese Klammer mit Cosinus und Sinus. Und die exponentielle oder Euler'sche Darstellung sieht wie folgt aus. Wenn wir die zwei Darstellungen genauer anschauen, dann sollte uns auffallen, dass vorne bei beiden R steht und wenn diese zwei Darstellungen äquivalent sind, dann gibt es nur eine Schlussfolgerung. Und zwar, dass diese Klammer hier genau diesen E hoch I mal Phi entspricht. Und tatsächlich wurde bereits von Euler bewiesen, anhand seiner Formel E hoch I mal Phi ist das gleiche wie Cosinus Phi plus I mal Sinus Phi. Von daher ist, glaube ich, der Zusammenhang zwischen diesen zwei Formen ganz einfach gut erkennbar an dieser Stelle. Die wichtigsten Sachen, die für die Umformung eine Rolle spielen, werde ich natürlich erst nach den Beispielaufgaben zusammenfassen. In der ersten Beispielaufgabe werden wir folgende Umformungen sehen. Einmal kartesische in die polare, dann kartesische in die Euler'sche und dann noch polare in die Euler'sche Darstellung sehen. Also, wir möchten diesen Zeiger hier, was sich in der kartesischen Form befindet, einmal in die Polarform, beziehungsweise einmal in die Exponentiale oder Euler'sche Form umformen. Wir erinnern uns, wenn man die Polarform hat, hat man auch automatisch die Polarkoordinaten. Damit ist es eigentlich ein Kinderspiel, die Exponentialform aufzustellen. Also, unser erster Ziel ist die sogenannte Polarform. Zur Erinnerung, sie sah wie folgt aus. Und natürlich ist hier an dieser Stelle unser Ziel, R um Phi zu bestimmen. Dafür haben wir bereits folgende Formel kennengelernt und die werden wir jetzt auch natürlich gleich anwenden. Anhand unseres Zeigers ist für uns A2, also ich schreibe es nochmal kurz hier hin, A ist gleich 2 und B ist natürlich minus 2. Und mit dieser Zahlen rechnen wir weiter, das bedeutet, wir bestimmen jetzt erstmal R hier an dieser Stelle, ist dann Wurzel aus 2 ins Quadrat plus minus 2 ins Quadrat ist das gleiche wie 2 ins Quadrat, minus fällt weg. Und dann haben wir 4 plus 4 sind 8, Wurzel 8 und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne teilweise Wurzel ziehen, das werden dann 2 Wurzel 2. Muss nicht unbedingt sein, sieht aber ein bisschen schöner aus. Gut, R haben wir jetzt. Jetzt brauchen wir Phi. Und diesen Winkel Phi können wir natürlich mit Hilfe der Tangensfunktion an dieser Stelle bestimmen. Also wir haben dann Tangens Phi ist gleich. Für B setzen wir natürlich die minus 2 ein. Und A ist 2. Und somit haben wir einfach Tangens Phi ist gleich minus 1. An dieser Stelle habt ihr dann zwei Möglichkeiten. Entweder mit Hilfe eines Taschenrechners einfach Tangens hoch minus 1 von minus 1 aus rechnen oder in eine kurze Wertetabelle schauen. Egal wie, am Ende kriegt ihr für Phi einfach den Wert 3 Viertel Pi. Und ja, diesen Wert können wir auch versuchen, uns in der Gausschen Zahlenebene vorzustellen. Also nur zur Orientierung. 3 Viertel Pi entspricht 135 Grad. Das bedeutet, unser Zeiger müsste theoretisch 135 Grad von der reellen Achse geneigt sein. Dann sieht er dann so aus. Hier ist unsere Zahlenebene. Und wenn der Winkel bei 135 Grad liegt, müsste der Zeiger eigentlich so aussehen. Allerdings stimmt das nicht so ganz. Und zwar, wenn wir jetzt unser ursprünglicher Zeiger hier in dieser Zahlenebene eintragen. Dann wird er so aussehen. Realteil ist positiv 2 und Imaginärteil ist minus 2i. Also wird z so wie rechts dargestellt aussehen. Das bedeutet, der Winkel, den wir suchen, ist nicht der ursprüngliche rote Winkel, sondern dieser Winkel Phi. Jetzt, wie kann man sich da helfen in der Hinsicht? Naja, ist ja nicht schlimm. Wir können Phi auf mehrere Weisen jetzt bestimmen. Die einfachste wäre einfach zu 180 Grad nochmal 135 Grad dazu zu addieren. Also 180 Grad entspricht natürlich Pi. Dazu addieren wir nochmal 3P. Viertel oder 3 Viertel Pi. Und wenn wir Pi mit 4 erweitern, dann haben wir 4 Viertel Pi plus 3 Viertel Pi sind 7 Viertel Pi. Und das wäre tatsächlich das von uns gesuchte Winkel. Allerdings gibt es noch eine andere Möglichkeit. Es gibt viele Profs, die an der Stelle halt nochmal ein paar Scherzchen machen. Und deshalb will ich euch das auch noch kurz zeigen. Man kann auch diesen Winkel hier als negativer Winkel darstellen. Tut auch für unser Zeiger. Und das wäre in diesem Fall einfach mal 2Pi, also eine volle Kreisdrehung, minus diesen Winkel, den wir hier abgezogen haben. Das wären also 7 Viertel Pi sind 315 Grad. Also hätten wir hier an der Stelle 45 Grad, was natürlich Pi Viertel entspricht. Nur da wir jetzt im Uhrzeigersinn gegangen sind, müssen wir das mit einem Minuszeichen versehen. Also eine andere Möglichkeit wäre, diesen Winkel als minus Pi Viertel darzustellen. So oder so ist es richtig. Naja, vergessen wir nicht an dieser Stelle, was wir eigentlich wollten. Und zwar die Polarform. Darstellung, wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Wir haben R und wir haben Phi, also können wir problemlos diese Polarform darstellen. Z ist dann gleich. R war diese Wurzel 8, beziehungsweise 2 Wurzel 2. Klammer auf. Cosinus von 7 Viertel Pi. Plus I mal Sinus von ebenfalls 7 Viertel Pi. So, damit wäre eigentlich auch die Umformung fertig. Wie gesagt, das hat ein bisschen länger gedauert. Ich wollte euch auch zeigen, wie ihr das mit dem Winkel bewältigt, wenn sich der Zeiger jetzt nicht im ersten Quadranten befindet. Manchmal gibt es diese Falle, manchmal nicht. Achtet an dieser Stelle darauf. Zur Sicherheit könnt ihr euch immer den Zeiger irgendwie in der Zahlenebene zeichnen. Gut, was wir noch wollten jetzt, und damit sind wir fertig mit dieser Umformung, ist natürlich die Euler'sche oder Exponentialform. Wir haben alles, was wir brauchen. Deshalb setzen wir nur ein und sagen, Z ist gleich 2 Wurzel 2. E hoch I mal 7 Viertel Pi. Und damit wäre auch die letzte Umformung erfolgt. Bei der zweiten und letzten Beispielaufgabe werden wir uns folgende Umformung anschauen. Einmal Eulerische in die polare Darstellung, dann Eulerische in der kathesische Darstellung und natürlich auch noch Polare in kathesische Darstellung. Damit haben wir mit dieser zwei Beispielaufgaben alle möglichen Umformungen gedeckt. Wir haben also hier die Euler-Form oder Exponentialform und es wäre günstig, wenn wir uns zuerst auf die Polarform konzentrieren. Der Grund dafür ist ganz einfach. Wenn wir uns an den allgemeinen Aufbau erinnern, dann solltet ihr schon merken, dass R und Phi schon vorhanden sind. Und die können wir natürlich auch rausschreiben. Also wir können dann entsprechend sagen, R ist 3 und der Winkel Phi oder der Argument von Z ist dann 3 Viertel Pi. Und damit können wir dann problemlos die Polarform aufstellen. Ich habe sie nochmal rechts hier eingeblendet. Also Z ist dann gleich R3 mal Klammer auf als erstes Cosinus von Phi. Also Cosinus von 3 Viertel Pi. Und dann plus I mal Sinus von 3 Viertel Pi. Also die erste Umformung wäre damit schon erledigt. Um die kathesische Form hier zu bestimmen, bräuchten wir zur Erinnerung dieser A und B, dieser Real- und Imaginär-Teil. Ja, wie kommen wir auf A und B? Ganz einfach. Wir schauen wieder auf unsere Polarform hier oben. Und wir können diese allgemeine Form ein bisschen umformen. Das heißt, die Klammer, die hier vorhanden ist, kann man gegebenenfalls auflösen. Ich rechne einmal R mal Cosinus Phi. Dann noch R mal I mal Sinus Phi. Dann sieht die Formel für den Zeiger wie folgt aus. Wir haben dann R mal Cosinus von Phi plus I mal R mal Sinus von Phi. So, und ich hoffe spätestens jetzt ist es gut erkennbar, dass R mal Cosinus Phi eigentlich der Real-Teil ist, A. Und R mal Sinus Phi unser B ist. Also, schlussfolgern können wir dann sagen, A ist das gleiche wie R mal Cosinus Phi und B ist R mal Sinus Phi. Und die zwei Sachen können wir jetzt natürlich auch links ausrechnen. Das heißt, A wäre dann R ist bei uns 3 mal Cosinus von 3 Viertel Phi. Und B wäre dann entsprechend 3 mal Sinus von 3 Viertel Phi. Und dieser Cosinus von 3 Viertel Phi und Sinus von 3 Viertel Phi kann man entweder mit Hilfe eines Taschenrechners oder mit einer Wertetabelle auswerten. Und entsprechend haben wir dann hier an dieser Stelle, also Cosinus von 3 Viertel Phi war Minuswurzel 2 durch 2, also Minuswurzel 2 halbe. Entsprechend haben wir dann hier 3 mal Minuswurzel 2 halbe. Zusammengefasst sind es dann natürlich Minuswurzel 2 halbe. Und unten Sinus von 3 Viertel Phi ist das gleiche nur im Positiven. Also 3 mal Wurzel 2 halbe und zusammengefasst sind es 3 Wurzel 2 halbe. Damit können wir jetzt auch unser Zeiger in kartesischen Form angeben. Z ist gleich, statt A schreibe ich jetzt einfach Minus 3 Wurzel 2 halbe. Und dann kommt Plus I mal und B ist dann 3 Wurzel 2 halbe. Und das war jetzt die letzte Umformung. Zum Schluss, wie versprochen, noch eine kleine Zusammenfassung von all diesen Sachen, die für die Umformung von Bedeutung waren. Wir fangen an mit der kartesischen Darstellung. Da war natürlich wichtig zu wissen, was Realteil und Imaginärteil ist. Und für die Umformung, die wir gerade gesehen haben, müsste man noch wissen, dass A das gleiche ist wie R mal Cosinus Phi und B das gleiche wie R mal Sinus Phi. Für die polare Darstellung musste man in der Lage sein, R zu bestimmen, also die Länge des Zeigers, sowie das Argument von Z oder die Größe des Winkels mit Hilfe der Tangentsfunktion. Da gab es nur eine Falle. Man muss aufpassen, in welchen Quadranten der Zeiger liegt. Und bei der letzten Form, bei der eulerischen Darstellung, nimmt man einfach die Sachen, die man schon bei der Polardarstellung ausgerechnet hat und setzt sie in dieser Exponentialform ein. Das war alles, was von Bedeutung war. Abschließend noch ein paar vielleicht wichtige Hinweise. Natürlich kann man mit komplexen Zahlen viel, viel mehr einstellen. Schönere, aber auch hässlichere Sachen, wie zum Beispiel, ihr müsst in der Lage sein, verschiedene Operationen mit komplexen Zahlen durchzuführen, wie Addition, Substraktion, Multiplikation, Division. Dann die geometrische Deutung der Zeiger, die dadurch entstehen können, ist natürlich auch sehr wichtig, sowie Wurzeln aus den komplexen Zahlen zu ziehen. Außerdem gibt es auch noch das Lösen von Gleichung mit Hilfe von komplexen Zahlen, sowie die komplexe Exponential-Logarithmus-Funktion. Wenn Bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann.